Mein Name ist Manfred Wällisch und das ist meine Geschichte. Ist eigentlich unbeschreiblich, ich kann da nicht wie ich viel dazu sagen. Er hat geschossen, ich hab der Kugel noch abgeschaut und wie er dann drehen war, hat sie mich fast zerrissen. Der Freitag bin ich alle und er hat auch einen Schritt mehr. Das war auch cool. Das erste war. Die 96er Truppen, was der Ringe, der Hannes und ich eigentlich begleitet haben, Jahre lang. Und das ist eigentlich wirklich toll. Manche sind schon im Stamm, so wie kein anderer Tanje. Der Rest kämpft drum, ist dabei. Und dann die Jungs, was dann der Kern von der 23er ist. Das ist einfach wirklich super. Weil sie sind da, haben einen Charakter, sind zahlenbereit, kämpfen miteinander, kämpfen für einander. Das ist geil. Dann SVSF beschreiben. Das ist eigentlich in wenigen Worten beschrieben. Das ist ein Truppen. Jeder für jeden, alles für jeden. Wo man gesehen, wie man da gekämpft hat, wenn man reinredet, dass man das Spiel zusammengebracht hat. Das sind immer wieder da. Es wird einfach nur kein... Es ist einfach eine große Familie. Kompels haben wir da. Einfach perfekt. B dreams. Pref make Payage Àas. Eindach rising Blockfalling 1 Vielen Dank.